Jawoll, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Miro 5. Und ja, die Aufnahme läuft und wir betreten den Server, würde ich sagen. Hi, mit dabei ist der Ruh mit. Achso, okay, wir betreten jetzt schon den Server. Ja, hi, äh, hi Leute. Wir betreten jetzt den Server oder betreten wir nicht den Server? Ich bin verwirrt. Warte mal. Okay, also erstmal, hi, du bist da. So, betreten wir den Server? Oh, wir wohnen, ich bin in der Mitte. Ich bin schon auf dem Server. Oh. Also ich war doch in die Mitte deportiert. Scheiße, meine Öfen sind weg. Nee, ich hab die abgebaut. Ähm, ich bin jetzt hier in der Mitte. Okay, ähm, ich komm zu dir. Warum sind hier, warum sind hier, what the fuck, warum sind hier syrische Flaggen? Oder ist das Syrien? Ich weiß es gar nicht. Hier in der Mitte sind irgendwelche Flaggen und die sehen aus wie die syrische Flagge. Also Leute, es sind zwei auf dem Server. Und es ist möglich, dass die in der Nähe von uns sind. Sei mal gesagt. Soll ich jetzt am Spawn bleiben? Ich hab eigentlich keinen Bock am Spawn zu bleiben. Du kannst ja zu mir kommen. Ich bin bei minus 35, minus 280. Also ungefähr 300 Blöcke von dir weg. Die Map ist gar nicht so groß. Mhm, das ist das Problem. Minus, minus, minus 530? Nee, nee. Ähm, minus 35, minus 280. So, minus 35, minus 280. Okay, dann geh ich erst mal zu minus 35, nehm auf dem Weg noch ein paar Tiere mit. Ähm, minus 35 und dann minus 280. Okay, dann lauf ich jetzt da hin. Wenn ich den beiden jetzt in die Arme laufe, das sind Zafirus und Peroma, dann glaube ich GG. Weil das Ding ist, wir haben ja bekanntlich sehr spät angefangen aufzunehmen. Und wir haben noch so eine Telegram-Gruppe, wo wir uns so absprechen und so weiter und so fort. Und in dieser Telegram-Gruppe steht auch immer, wann wer zu welcher Folge den Server joint. Und während wir jetzt gerade die vierte Folge aufnehmen, haben die anderen, oder nehmen die beiden jetzt schon ihre, ähm, siebte Folge auf. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden schon Diamanten haben. Vielleicht auch schon entfahndet haben, ich weiß es nicht. Aber, ja, ich hoffe einfach mal, dass ich hier nicht über den Weg laufe. Also ich laufe dir gerade entgegen. Ich laufe, hier ist nur noch Kühel. Ja, ich bin jetzt gerade in so einem Dark Oakwood-Dingens. Ähm. Ich auch. Gut, dann sollten wir uns natürlich auch sehen. Jetzt sehe ich gleich so einen Namen, laufe da hin und laufe einfach in meinen Tod rein. Also vielleicht ganz kurz zu eurer Info. Es, ähm, offenbar wurde Ruh mit, äh, zum Spawn teleportiert. Weil, ähm, der Aushalt der Border war. Ja, weil er sich die Border nicht eingeholt hat. Und, ähm, der andere Punkt, den ich sagen wollte, genau. Ähm, wir laden, also es gibt die Regel, dass pro Woche fünf Folgen hochgeladen werden müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben uns quasi, wir haben quasi schon die beiden, wie soll ich sagen, äh, wir haben an Tag eins und an Tag vier sozusagen schon diese beiden Tage verbraucht. Ganz blöd gesagt. Und haben, und andere haben halt die ersten fünf Tage sozusagen hochgeladen. Und dann an Tag sechs und sieben nichts. Versteht ihr, was ich meine? Das Graf, den Baumkronen, so an der Schlucht, an so einer kleinen, stehe ich. Ich sehe links neben mir die Berge. Also ich bin jetzt bei 10 minus 170. 10? 10 minus 170? Okay, minus 170 bin ich schon längst dran vorbeigelaufen. Oder, äh, 0 minus 190 jetzt. Hä? 0, okay, bei 0. Wo bist denn du? Ich bin bei, jetzt bin ich auch bei Höhe 0, minus 190. Okay, dann laufe ich jetzt einfach genau geradeaus in diese, fuck. Das kann nicht sein, ich bin bei 0 minus 190. Nein, ich laufe jetzt mit 0 minus 190. Okay, wo bist du? Äh, laufe einfach, bleib einfach da stehen. Ich bin gleich bei dir. Ähm. Ich schaue nur noch mal so in der ganz nahen Umgebung, ob es hier irgendwo Essen gibt. Ich sehe dich, ich sehe dich. Das bist du, ja. Dein Name ist ziemlich lang, deren Name ist relativ kurz. Achtung hinter dir. Hi. Ähm. Junge. Erschreck mich bitte nicht so. Wollen wir, okay, jetzt ist die Frage, ne? Wir haben keine Diamanten, wir haben noch nicht Enchanted. Ähm. Offensichtlich. Wollen wir Höhen gehen oder wollen wir... Wir brauchen fünf Diamanten Minimum, um irgendwas reißen zu können. Und theoretisch bräuchten wir, wie viel haben wir gerechnet? 83? 53. 3,50. Komm, komm, hier lang, hier lang, hier lang. 83 wäre ja absolut krank. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier, 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 hier. Äh, dann ist die Schlucht. Wir gucken erstmal, ob da irgendwas vielleicht ein Zeichen ist, dass da was... ...wenn ich schon jemand war. Ansonsten, hallo. Bei mir lagts gerade bei mir nicht unbedingt lag, aber es war komisch, wie der Zombie mich geflogen hat. Ähm, ich würde hier lang gehen. Scheiß auf die Schlucht, weil da habe ich Steine gesehen eben. Und hier ist auch Wolle. Das heißt, hier war jemand in der, äh, Region. Ähm. Vielleicht ist es auch die Schlucht, wo ich gerade drin war. Ganz kurz, kurzer Test. Ja. Hört man mich jetzt genauso gut? Nein, man hört sich wesentlich gedämpfter, gedumpfter. Okay, gut, dann war es richtig rum. Sehr gut. Dämpfter. Wollen wir die jetzt einfach suchen und wegklatschen? Lol. Ich meine, die haben noch keinen Kill. Vielleicht sind die richtig schlecht im PvP. Ich bin auch richtig schlecht im PvP. Oder zumindest nicht so gut, dass ich mit niedrigerem Equip gewinne, sag ich mal. Okay, es sind überall Kühe, das ist gut für uns. Ja, ich töte gerade Schafe. Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall... Ja, Alter. Kann ich nicht nachvollziehen. Wie, 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 wie nennt man das nochmal Veganazi? Wie erfährst du, dass jemand Vegetarier oder Veganer ist? Er wird es dir sagen. True. Also, ich bin ja Veganer. Ich bin so viel besser als ihr. So habe ich es ja auch bei dir erfahren. Das ist true. Das habe ich nachfolgen gesagt. Kann das sein? Äh, warte mal ganz kurz, wir haben uns schon wieder verloren. Wo bist du? Ne, haben wir nicht. Das ist eine Illusion. Ich bin ja auf dem Baum, Chrom. Baum, Baum. Ah, ich sehe dich. Ja. Allerdings, wenn die jetzt da wären, dann würde ich den Kampf nicht scheuen. Hey, du würdest gerade eben gar nicht erst auf den Server gehen. Ja, aber mei. YOLO. Ich schreibe, wollen wir kämpfen. Ich glaube, warte. Soll ich jetzt schnell bei dir eine Folge öffnen, um zu gucken, was für ein Equipment die haben. Äh. Nein, schreib nicht. Wenn du das schreibst, ich laufe weg. Nein, nein, keine Sorge. Keine Sorge. Ich würde mich aber einbuddeln, wenn... Schreib, schreib, äh, schreib. Schau mal, hier ist so eine kleine Höhle, die kann man oben zumachen. Oh, ein Zombie mit... Ne, ist nicht zu nett. Ich glaube, die sind gut equipped, sonst würden die nicht so confident sagen, dass sie kämpfen wollen. Hm. Warte mal ganz kurz. Hier ist irgendwie was komisch. Alles gut? Hm, ja, ja. Alter, sind nicht viele Monster drin in der Höhle. Sag mal, kriegst du es hin? Ja, ja. Ach, es gibt ja noch Blocken. Das habe ich noch nicht einmal eingesetzt bis jetzt. Ich habe einfach gar nicht vergessen, dass es Blocken gibt. Kann man hier... Spider-Man, Spider-Man. Warte mal kurz. Das ist whatever a Spider-Can. Wenn wir jetzt außerdem hier reinlaufen, ne? Ich würde einfach... Alter. Das wäre so ein Schockmoment für mich. Es wäre tatsächlich interessant, was die für ein Equipment haben. Soll ich das jetzt echt schnell nachbauen? Soll ich das jetzt echt schnell nachbauen? Warte mal ganz kurz. Wo bist du jetzt schon wieder? Direkt hinter dir. Ach da, wo? Gut. Vorschlag. Lass uns reinbuddeln. Und zwar unter dieser Höhle. Wir müssen irgendwas machen. Und wenn keine Höhle da ist, dann müssen wir uns reinbuddeln. Lass uns hier den Kies reinbuddeln. Weil vielleicht haben wir keine Schaufel. Dann können wir schneller entkommen und so. Ja, ist klar. Aber ich habe auch keine Schaufel. Warte. Ich gucke jetzt gerade nach. Da muss ich jetzt mein eigenes Video öffnen. Perfekt. Warte. Plinchen. Bin David. Hä? Die sind hier gar nicht aufgelistet bei mir. Hä? Doch. Saffirus und Juli steht hier. Sind das die? Süßkantoffel. Das kann sein. Ja. Okay, gut. Link im neuen Tab öffnen. Dieser Kanal ist nicht vorhanden. Alles klar. Hä? 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 Warte. Vielleicht Juli? Videos. Folge 4. Minecraft. Minecraft Miro 5. Folge 4. Okay. Das heißt, es ist gar nicht... Er spielt Pokémon. Der Typ spielt Pokémon. Hey. Cooler Dude, oder was? Ja. Ich grab schon mal runter, gell? Ja, warte. Wir müssen jetzt einfach Ressourcen kriegen. Die haben ein Diamondschwert. Die haben mit... Nee, sie haben ein Enchantetes Dingens. Sie haben ein Enchantetes Eisenschwert. Äh, sie haben auch eine Dia-Spitzhacke. Also... Ja, dann braucht man nicht anfangen eigentlich. Nee, 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 nee. Ich schreib vielleicht mal kurz. Bist du das? Ja, ja. Hey, was? Nein. Jetzt... Die meisten haben noch gar nicht gecheckt, dass wir so wenig Folgen haben. Ich traue es Juli zu, dass er sich sehr gut informiert, wer... Kommst du raus? ...was hat. Ich bin schon längst draußen wieder. Hey, ich dachte, wir graben uns hier runter. Nein. Hä, was? Wir brauchen... Wir brauchen Ressourcen. Wir können jetzt nicht mit oben rumlaufen. Dann bauen wir jetzt. Wir müssen jetzt irgendwas farmen, sonst werden wir... ...einfach verkacken. Warte, ich muss kurz gucken, ob das dann realistisch aussehen würde. Ja, würde es. Ach fuck, das geht nicht... Ich glaube, ich bin ja egal. Einfach ein bisschen mehr mit Gravel zu bauen. Zack, zack. Hat sich doch gelohnt, das Gravel mitzunehmen. Ist in 10 Minuten vorbei. Ja gut. Ich bin ein bisschen später gejoint als du, aber... Ja, ein bisschen später. Ähm, ja. Das heißt, wir bauen es jetzt runter. Was... Das langweiligste ist, was man Minecraft machen kann, aber hey. Ja, wir können auch die schnelle Runterbautaktik nehmen. Besser als jetzt, äh... Behindert sterben. Denk ich. Mal ganz ehrlich, ich möchte... Ich möchte... Oh, das ist eine Höhle. Mein Ziel ist es Folge 10 oder ein Kill. Eins von beiden. Und sie ist sehr ungeplündert. Sehr ungeplündert, was für eine Beschreibung. Ja, Alter. Also, die ist voll ungeplündert, ey. Ähm... Okay, hier ist nichts. Ja, Eisen brauchen wir nicht mehr. Ich hab fast 2 Stacks Eisen. Enderman getötet, aber leider kein Ding. Warte mal ganz kurz. Können wir hier irgendwo eine Kiste aufstellen? Das wär irgendwie cool. Wollen wir Lava mitnehmen? Nee, ne. Wie tief sind wir denn hier? Ich glaub nicht so tief. Ich glaub nirgendwo jetzt nennenswerte Ressourcen in der Flucht. Wollen wir jetzt nicht in die Lava laufen. Äh, ich hab nen Wasserhärme für Notfälle. Ja, ich nicht. Tja, sollte man immer machen. Gehört einfach zum Standardrepertoire ins Minecraft-Spiel. Das war mein Mann nach. Äh, Kohle kann ich mal stacken. Ich hab richtig viel ungebratenes Zeug und das nimmt mir richtig viel Inventarplatz weg. Okay, die sind in 3 Minuten weg. Dann können wir uns sicher fühlen. Hm. Ähm. Achso, ich dachte schon, das ist ja unsere Aufnahmezeit. Ähm. Nee, nee. Ja, okay. Hier gibt's... Warte, wir haben glaub ich nur 2 Folgen im Repertoire. Wollen wir dann direkt die 5. aufnehmen? Würde ich sagen, ja. Ja, okay. Äh, ich geh auch hier noch hier in den Gang rein. Ich glaub, das könnte wohin führen. Oh ja, da gab's irgendwo Gold. Das führt wohin. Warte mal, wo, wo? Äh, hier so ein Nebengang in der Schlucht. Ich kann sein. Links oder nicht? Ich seh den Namen. Hier, hier oben, hier oben, hier oben lang. Ja, hier, hier, drehen. Guck mal, dreh ich um? Äh. Drehen, umdrehen, 180 Grad. Ach da, oh Gott. Hier, hier, der führten 2 Abzeigungen rein. Ich glaub, der könnte weit gehen. Ich geh mal links lang. Ähm. Pass mal auf, ich bau dann einfach mal das, äh, den Eingang mit Cleanstone zu. Ist aber nur Eis. Einfach aus. Ja, ja, ja. Hast du auch Spaß? Nimm einfach Gravel mit. Das ist wesentlich leichter. Muss man sich immer braten. Ich mein, klar, es gibt EP, aber Cleanstone ist, glaub ich, so mitunter das am wenigsten EP-bringende, was es gibt in Minecraft. Ja, ich hab halt ein bisschen Cleanstone durchgebrannt gehabt am Ende der letzten Folge und da haben halt noch zwei oder drei Stacks lange noch drin. Was machst du gerade? Ah, ich brenne ein bisschen Stein. Das Beste ist auch immer Eisenbraten. Ich nehm jetzt tatsächlich mal Kohle mit für Level. Gott. Okay, warte. Ich werd mal hier, ich werd mich hier Dingens, äh, die Lava. Wir brauchen eh Obsidian. Insofern, ich würde vorschlagen, dass wir hier dann vielleicht... Echt? Sehr gut. Nur minimal. Dann komm ich ran. Ähm. Okay, hier geht's leider nicht weiter. Hm. Auch hinter dem Gravel, Gravel, ne? Gravel. Ich hab Gravel jetzt nicht abgebaut, aber, ja. Ich glaub, das ist ein Dead End. Ich glaub, da finden wir nichts mehr. Ich werd halt nächstes kurz mal die Ruhe nutzen, um, äh, Alter, ein bisschen was zu brinden. Also, ich werd diese und nächste Folge dann ein bisschen stripminen. Ähm. Äh, ich hab Kohle. Sehr viel. Wieso brauchst du Holz? Nee, nee. Holz einfach nur, weil wir was craften können im Notfall. Ach so, ja, ja, hab ich. Ja, weil ich hab gar kein Holz mehr. Gefühlt. Hast du Eichenholz? Wann können wir das stacken? Dann musst du ja sieben... Ja, warte, warte kurz. Äh, Raw Beef 2, 2. So, okay, perfekt. Ähm. Ja, warte, hier, dein... Zack. Das, das Holz, das Holz, nee, das Holz, nee, das Holz. Was machst du jetzt mit den ganzen Öfen? Die brauchen wir gar nicht. Ja, aber die hab ich noch im Inventar. Okay. Na, dann stack einer Öfen. Wie gesagt, Platz sparen ist... Platz ist eine Ressource in Minecraft, die man... Da hast du Knochen, oder? Gebt mir mal Knochen, das heißt, wir Hunde finden. Hm, da. Aber ich glaub, die sind verboten, ehrlich gesagt. Echt? Ja, okay, dann... Nevermind. Egal, ich bin mir nicht da. Hast du die Werkbank? Dann geb ich dir die Werkbank. Okay. Ähm, warte, lass mich mal jetzt nachdenken. Lapislazo, die Kohle... Okay, sie sind erst mal weg. Ich weiß nicht, ob sie noch eine aufnehmen. Also... Was Blutrauschregel bedeutet, dass wir ab Folge 8 quasi nach Gegnern suchen müssen und nicht, dass wir einen Kampf haben müssen, oder? Nee, das bedeutet, dass wir einen Kampf haben müssen. Was, wenn wir keinen Gegner finden? Was, wenn kein Gegner zu uns kommt? Das wurde auch schon im Discord diskutiert. Da wird noch drüber geredet. Discord diskutiert, Alter. Was ist das Wort? Ja, das weiß ich schon, Alter. Discord diskutiert. So, ich grab mich jetzt hier einfach auf Höhe 11 runter und Stripmine, weil jetzt muss was vorangehen. Wir brauchen Dias. Und wenn wir nicht, wie zum Beispiel Amelie und Maxi über Dias stolpern, dann müssen wir eben auf diese Weise uns welche beschäftigen. Ich hab keine Ahnung, wer Amelie und Maxi ist, aber ich stimme mir nicht. Silberstein und Filinchen. Haben die so viel. Oder Filinchen. Mhm. Die haben in Folge 2 ungefähr 30 gefunden. Lol. Oder 40 sogar. Also es war ganz Wahnsinn. Folge 2. Wir waren in Folge... Okay, hier unten ist schon ein Stripmine-Gang. Echt? Lol. Ja. Wollen wir hier warten auf den nächsten, der kommt? Weil das Ding ist, wir haben als erstes gefunden. Das heißt, wir haben den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Ja, aber die Frage ist, ob die noch da sind. Das stimmt natürlich. Das glaube ich fast nicht. Aber dann hätten wir Blutrauschregel schon mal geklärt. Das ist der Gang von... Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Gang von Shadow und Shadow ist doch tot. Ja, von Shadow und Duclos. Wo die drin waren. Aber ich kann mich irren. Ähm, folgendes. Ähm. Warte, da ist es mehr drin, ne? Okay. Ähm, was ich sagen wollte, kein Gold, okay. Ne, ich habe irgendwo Gold liegen gelassen vorhin. Das hätte ich vielleicht im Grunde sein. Ich habe 31 Gold. Wenn wir ein 32 bekommen können, können wir für jeden von uns zwei Goldäpfel machen. Na, das reicht nicht. Was heißt, das reicht nicht? Das ist schon... Ja, zwei Goldäpfel sind nicht gut. Ich hätte gern fünf oder so. Ja, ja, aber das ist schon mal etwas. Halt eben. Warte, ich laufe halt mal durch. Weil, ich meine, klar, die haben das schon ausgebeutet, aber vielleicht fließt dir irgendwo eine Höhle an. Ja, kannst machen. Aber, ähm, also ich, ich strip meinen jetzt einfach in diese Richtung. Okay, na, 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 nochmal, wie viel Essen hast du? Wie viel Essen hast du? Äh, 19 ungekochtes, also es geht schon. Ja, okay. Hättest du jetzt eigentlich gerade kochen können, aber egal. Ich habe, ich habe auch relativ viel Essen, darum ist das, glaube ich. Wenn du, äh, wieder hochgehst oder wenn ich wieder hochgehe, also der Nächste, der hochgeht, nimmt einfach das ungekochte Essen mit, fertig. Also, Leute, kurz, wenn ihr meine Art zu strip meinen. Dürfen, wir dürfen plündern, ne? Ich denke schon. Ja, klar. Ja, okay. Aber nur, nur, du darfst halt in die Kiste nicht. Warte mal, wo, wo sind die Öfen? In die Kiste darf man nicht. Ne. Achso. In die, eine feindliche, gesicherte Kiste. Achso, okay, ja. Die haben ja alles relativ unscheinbar mit Cleanstone zugebaut, glaube ich. Okay, na, 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 ich glaube, das, ich glaube, das ist auch so ein Dead End, weil, äh, ich glaube, hier wären, die Spuren wären ein bisschen anders, wenn hier noch Spieler wären. Ich will es noch meinen Zuschauern zeigen, irgendwie. Warte mal ganz kurz. Also, wenn ich das tarnen müsste, ich würde halt hier rundherum irgendwo, hätte ich meine Kiste oder meinen Raum, wo ich mich ausgelockt hätte. Wer macht denn die Kiste, bitteschön? Also, klar, wenn du enchantest, aber, okay. Naja, wenn du weißt, du kannst an diesem Tag drei Folgen brauchen. Dann braten wir hier dein Essen, braten wir hier dein Essen, braten wir hier dein Essen, damit wir keine Zeit verlieren. Großartig. Ähm. Hast du Leder oder Rabbithaut? Äh, ja, gebe ich dir mal. Dafür da relativ viel. Wir haben, wir haben jetzt 19 Leder. Das heißt, du hast das Zuckerrohr mitgenommen, ne? Wollen wir das nicht irgendwo anbauen? Wollen wir das irgendwo anbauen? Ah, das wäre eine gute Idee. Das würde ich aber nicht heute machen, sondern, wenn wir das jetzt mal was aufnehmen. oder ja, hast du das hier eingebaut oder was ist das hier? Das sieht ziemlich offensichtlich aus. Oder hast du das Rad gebaut? Das hab nicht ich gebaut. Warte mal ganz kurz. Wir bauen jetzt hier wirklich Zuckerrohr an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Gang ist, wo Duclos und Shadow waren am Anfang. Ich stehe mal vor, ähm, wir rejoinen den Server, die rejoinen den Server, wir spawnen einfach ineinander und wussten jemals nicht, dass der andere da ist. Ich bin gleich weg, ich bin gleich weg, ne? Ja, okay. Ja, ist ja kein Problem. Aber warte mit dem rejoinen bis, äh, ne? Warum? Damit wir in der nächsten Folge wieder gleichzeitig da sind. Komm, bau einfach alles hin. Ich hab ein Wasser einmal. Warte, wir können eine unendliche Wasserquelle machen. Das ist eine sinnvolle Idee. Einfach dahin. Warte, wo ist der Originalwasserblock? So, ne? Okay, perfekt. Perfekt. Ähm, das heißt, wir können jetzt mehr oder weniger hier kommen. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Das ist nervig. Warte mal. Da vorne sind die Öfen. Das ist jetzt unsere Base, ja? Jaja. Das ist unsere. Alles uns. Oh. Ich mach mich echt langsam in diesem Spiel. Bau das hier mal so alles voll mit Erde und so, damit das hier wächst. Also bau wirklich jedes Einzelzuckerrohr so an. Okay. Lips. Ich wurde gerade gekickt. Das heißt, für meine Folge war es das. Bzw. Ja, komm, ich warte noch, bis du auch noch fertig bist. Hey, warte mal. Sind gerade zwei Leute auf dem Server? Hack. Äh, nee, das hat sich nur nicht aktualisiert. So, bin auch dabei. Ja, okay. Verbindung unterbrochen, was? Lol. Das ist... Äh, bist du jetzt normal vom Server gegangen, oder? Ähm. Nee, es steht da, betreten deine fünfte Folge. Das scheint schon seine Richtigkeit zu haben. Okay. Gut, dann... Dann... Ich hoffe ihr, euch hat auch diese Folge gefallen. Wir gehen jetzt eher so in diesen passiven Modus, ganz einfach aus dem Grund, weil wir jetzt nicht unbedingt in den Kampf reingehen wollen gegen Teams wie... Wie hieß die nochmal? Julia oder so? Die schon full-tiered sind. Äh, äh, Quatsch. Juli und... Äh... Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Wir wollen jetzt einfach ein bisschen equipen, ne? Deswegen ist, wir wollen jetzt zumindest den Enchantment-Table bekommen. Ich denke, das ist die Mindestanforderung. Und, äh... Ja, dann würde ich sagen, bis dann. Und wir sehen uns dann in Folge 5. Und hoffentlich sind wir... Und hoffentlich wird die nächste Folge nicht unsere letzte Folge sein. Und ja. Ciao!